Ich finde, es ist eine rundum gelungene Sache. Ich glaube, wir können den Fans mal was Gutes tun und die dürfen uns hier besuchen. Ich glaube, das freut die Fans. Für uns macht es auch Spaß. Generell gesehen ist es vorweihnachtlich schön und es gefällt uns allen. Wie man sieht, es ist echt eine coole Aktion. Ich glaube, die Fans haben Spaß, vor allem die Kinder haben Spaß, Rennen von Laden zu Laden. Es ist lustig für uns, mal was zurückzugeben und ich glaube, wir machen das gern. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.